Ihr kennt das alle. Und viele von euch haben genau wie ich angefangen. Genau damit. Ich habe selber Liebe an diesem Spiel, an diesem Sport, an dieser Entwicklung gefunden. Ich bin in Teams gegangen und habe nur das gemacht. Nur das. Ich wusste nichts über Regeneration, Verletzungsprävention. Aber das Ding, das habe ich gut gemacht. Warum? Weil es von hier kam. So, und dann ist Folgendes passiert. Ich habe gelernt und gelernt. Mein Kopf hat weiter funktioniert. Ich habe Dinge dazu. Ich habe mehr Wissen bekommen. Und ich habe diesen Glauben verloren. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich es verloren habe. Im Rückblick kann ich sagen, ich habe mich verloren. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt, Athleten müssen sich auf diese Art und Weise bewegen. Ich muss ihnen diese Struktur geben. Und genau so müssen sie es machen. Was ist aber da passiert? Sie wurden eingefärscht und haben auch diese Fähigkeit, sich selbst auszudrücken, als das, was sie als Mensch tief innen sind, verloren.